Hi ihr Lieben! Ich bin ja... Jetzt gibt es keinen Witz, jetzt gibt es eine Alltagssituation. Ich bin ja momentan mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, weil ich aufgrund... Ich zeige es euch kurz... Meines Astronautenschuhs, links, hier... Aufgrund dessen darf ich ja kein Auto fahren, weil ich ja ein Verbandsschuh anhabe, also muss ich mit den öffentlichen fahren oder ich werde gefahren. Aber ich war eben mit den öffentlichen kurz beim Arzt gewesen. Auf meinem Weg! Ich muss immer noch lachen! Ich bin voll fertig, ey! Ihr seht ja hier meine Augen, wo ich geheult habe vor Lachen eben. Es war eine Diskussion... Es war eine Diskussion zwischen scheinbarem Pärchen, Mann und Frau. Und ihr Männer, ihr Männer, ich liebe eure Sprüche, Männer. Ein Hoch auf die Männer, wobei Frauen können es auch, aber Männer sind manchmal richtig geil mit Sprüchen, gell? Die haben sich da so ein bisschen in der Haare gehabt, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und er dreht sich voll im Ernst um und sagt, der brennt doch den Tamponfaden. Ich habe gedacht, ich sterbe voll. Der brennt doch den Tamponfaden. Ja, ich muss das jetzt kurz einfach mit euch teilen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und macht's gut!